Inlallah, 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 Inlallah Kann man auch viel kaufen und so weiter und so fort. Das heißt, du kaufst auch keine Weihnachtsgeschenke oder so? Ne, wir feiern ja kein Weihnachten. Also bei uns gibt es kein Weihnachten. Weil meine Mutter, also meine Mutter ist zwar deutsch, aber die ist mit 19 zum Islam konvertiert. Meine Mutter, also meine Mutter ist zwar deutsch, aber die ist mit 19 zum Islam konvertiert. Inlallah, 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 Inlallah